Über weitere Entlastungsmaßnahmen wird in den kommenden Wochen noch diskutiert. Energiemangel, ein Problem, mit dem die Wirtschaft zu kämpfen hat. Klosser-Ander-Jakisch in der Frankfurter Börse. Dies hat heute auch den IFO-Geschäftsklima-Index gedrückt. Wie stark denn? Ja, in der Tat, deutlich stärker, als man das erwartet hat. Er ist auf ein Zwei-Jahre-Tief gefallen. Dieser IFO-Geschäftsklima-Index wird ja vom IFO-Institut in München jeden Monat erhoben. Dazu werden rund 9000 Manager befragt. Im Moment muss man sagen, ist die Stimmung doch extrem eingetrübt. Das liegt eben zum einen an den gestiegenen Energiepreisen und an der Sorge, dass es eben möglicherweise zu einem weiteren Stopp der Gaslieferungen kommt. Es liegt aber auch an Lieferproblemen, die weiterhin vorhanden sind. Und insgesamt ist dementsprechend dieser Index sehr deutlich nach unten gegangen. Und er deutet darauf hin, dass Deutschland auf eine Rezession zusteuert. Das sind jedenfalls die Aussagen des IFO-Instituts heute. Der deutsche Aktienindex konnte sich relativ gut halten, ist allerdings jetzt auch deutlich ins Minus gerutscht. Steht aktuell bei 13.195 Punkten, 58 weniger als am Freitag. Und das liegt natürlich vor allem auch daran, dass Gazprom angekündigt hat, die Gasliefermengen weiter zu reduzieren. Dankeschön, Klaus-Rainer Jackisch. Die Probleme an deutschen Flughäfen dürften sich am Mittwoch noch einmal deutlich verschärfen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Von 3.45 Uhr am Mittwochmorgen bis Donnerstag um 6 Uhr. Hintergrund sind die stockenden Tarifverhandlungen für die rund 20.000 Beschäftigten. Die nächsten Gespräche finden am 3. August statt. Nicht jeder, der mit dem Coronavirus infiziert ist, wird auch erfasst. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass man bei einer Infektion keine Symptome hat oder nicht jeder einen PCR-Test macht. Dadurch ist die Dunkelziffer weitaus höher als die Zahlen der Gesundheitsämter. Mehr Aufschluss über das tatsächliche Infektionsgeschehen können aber Abwasseruntersuchungen liefern. Das hat das Landesamt für Umweltschutz in Sachsen-Anhalt mit einem Pilotprojekt getestet. Eine Kläranlage in Halle in Sachsen-Anhalt. Hier läuft jeden Tag das Abwasser von zehntausenden Haushalten durch. Seit März vergangenen Jahres wird das regelmäßig auf Coronaviren untersucht. So soll die Verbreitung des Virus schneller erkannt werden als bisher durch die Meldedaten der Gesundheitsämter. Es geht um eine Art Frühwarnsystem, bei dem ein regelmäßiges Abwasserscreening helfen kann, den tatsächlichen Verlauf von Pandemien einzuschätzen. Bei dem Pilotprojekt wird nun eine erste Bilanz gezogen. Danach ist das Abwasserscreening tatsächlich ein zuverlässiges Instrument und gerade in dieser Phase der Pandemie wichtig. Denn wenn sich weniger Menschen testen, könne so die Dunkelziffer bei der Zahl der Infektionen sichtbar gemacht werden. Allerdings gibt es auch Grenzen bei der Früherkennung. Am Anfang hatten wir ungefähr eine Woche bis zehn Tage vorliegen. Wir konnten schon ein bisschen im Abgleich der Inzidenzkurven sehen, aha, es tut sich etwas und das schon relativ zeitig. Das ist jetzt gegen Ende des Pilotprojektes stark verändert, weil die Omikron-Variante eine geringe Inkubationszeit hat. Und dadurch sind wir jetzt so bei drei bis vier Tagen zusammengeschrumpft. Trotzdem, in Sachsen-Anhalt soll das Projekt künftig ausgeweitet werden. Denn nicht nur bei Corona, sondern auch bei der Früherkennung von anderen Krankheiten könnte die Abwasseruntersuchung in Zukunft eingesetzt werden.